Meine Damen und Herren, Türkei, Türkei, Türkei! Was geht auf, Freunde? Ey, ich will ein fettes Weh in den Chat sehen, Freunde. Es klappt gerade alles. Wir haben gestern alles versucht, dass es wieder funktioniert. Freunde, mit eurer Hilfe schaffen wir alles. Deswegen erst mal ein W. Wie sexy das aussieht, Freunde. Wir sind mitten in der Türkei auf einem fetten Bazar. Freunde, heute ist echt XXL-Bazar. Wir haben einige Sachen vor. Ob das hier gibt, wissen wir nicht. Aber wir lassen uns überraschen, ne? Ey, was heißt Dankeschön? Fisch gehört dem, ne? Ja. Was denn? Ey, das darfst du nicht sagen! Oh mein Gott! Feuermunik! Das ist meiner. Oh mein Gott! Das ist meiner. Wir zappeln die Schlange rum. Wir sind jetzt hier am Bazar. Boah, ich muss dich einmal umarmen, ja? Ich muss dich einmal umarmen, ja? Was ist das für ein Spieler? Dortmund wird hier ist dieser Meister. Meine Hand war heiß! Ich liebe dich, ja. Ey, für Spaß! Woher kommt ihr denn? Dresden City! Oh geil! Wir gehen jetzt das erste Mal im Bazar. Ich freu mich, ja? Das wird auf jeden Fall sexy, Alter. Ich freu mich. Oho! Kamil! Wenn das kaputt geht, ne? Wenn das kaputt geht, ne? Jordan, was machen wir dann? Geht nicht kaputt, ich bin nicht Fan! Wie, das geht nicht kaputt? Das ganze Ding wackelt! Guck mal, das ganze Ding wackelt! John! Ey! John, du musst runter! Du kriegst einfach das dann! Das ist Polizei, Polizei, Polizei! John, Polizei, Polizei! Abi! Bitte! Oh mein Gott! Das ganze Ding wackelt, Bruder! Warte mal! Hier ist alles original, Jordan, ne? Guck mal! Oh mein Gott! Gucci, Louis Vuitton, alles! Abi Gucci! Ja, dann nicht, Junge! Dann kriegst du ja kein Geld, Alter, ja? Ey, die sind ja richtig unsympathisch hier! Stefan? Mein Name ist Stefan! Dein Name ist Stefan! Stefan? Ist dein Name Stefan? Ja, ehrlich? Du heißt Stefan! Oh mein Gott, Stefan! Hör auf, Stefan! Stefan, hast du coole Anzi-Sachen? Aber alles original, ne? Türkisch original! Türkisch original! Ist alles original? Ja! Okay, Louis Vuitton? Louis Vuitton? Louis Vuitton? Aber Stefan? Ja, aber hallo! Aber hallo Stefan! Der Sack ist das hart! Oh mein! Du lugs, ey! Wow! Oh mein Gott! Louis Vuitton! Stefan Laden! Boah! Louis Vuitton! Türkisch original! Jordan! Wie viele Leute? Louis Vuitton! Hallo! Auch Stefan? Steffi! 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 Stefan und Steffi! Steffi und Stefan, ja! Junius Stefan! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Wir sind bei der Stefan-Familie! Beste Laden, Stefan! Steffi, komm! Beste Laden, Stefan, ja! Mohamed, beste Mann! Ich küsse Herz! Du bist der Beste, ja! Bleib gesund! Merhaba! 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 Stefan? Nein! Das ist vom Hotel! Walde! 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 Ja! Hey, willst du nicht im Hotel arbeiten? Nein, nein! Ich wollte das kaufen, aber ich wollte das! Fahrt, ich wollte das kaufen! Ey, lass einmal Friseur! Kann ich das machen? Können wir das machen? Ja, ja! Was ist das? Wie funktioniert das? Das ist Doktor Fisch. Doktor Fisch! Doktor Fisch! Kann ich Füße machen. Kann ich Füße reintun? Ja, Füße machen. Tut das weh? Langsam, langsam. Okay, drei! Ey, du hast ein Fisch! Arme Fisch! Okay, Füße rein. Langsam, langsam, du Idiot. Ey, Bruder! Langsam, langsam. Ey! Ey, beißen die mich? Ich mach alles, die beißen mich? Was laberst du? Was laberst du? Oh mein Gott, ey, das kribbelt damals. Ich mach das nicht mehr. Ich kann das nicht machen. Was laberst du? Bruder, ich hab wirklich einen. Oh mein Gott! 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 Lass das weg! Lass das nicht machen! Okay, okay. Oh mein Gott, nee. Das ist nicht gut. Ich hab einen Fisch in meiner Nase, ja? Das ist nicht gut, ja? Das ist nicht gut, ja? Arme! Hör doch auf, Jürgen! Was macht der da, ja? Ey, der ist reingegangen! Ey, der ist in der Hals drin! Oh mein Gott! Arme, ich liebe dich! Ich hab fast einen Fisch in meiner Nase! Du hast einen Mund! Hör doch alles? Ja, der ist reingegangen! Hör doch auf, Jürgen! Hör doch auf, Jürgen! Oh mein Gott! Aber das ist geil! Aber das ist geil, Arme! Ich liebe dich! Hey, ich brauche ein Bayern-Trikot! Ja, komm! Wie heißt du, Stefan? Okay, okay! Achme! Achme! Arme! 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 Was ist dein Name? Du kannst nicht, du kannst nicht, Arme! Malik! Malik! Okay, ich brauche was von Gucci! Wir brauchen jetzt wirklich was! Wo ist Gucci? Das war! Gucci-Tachi? Ja! Oho! Aber das ist original, ne? Ja, original! Oho! Dior! Ja, Dior! Oh mein Gott! Wie crazy! Arme! Aber hast du Gucci? Das ist Gucci! Oh mein Gott! Original! Ja! Juri, ich habe noch nie so ein fettes Gucci-Logo gesehen! Ist doch alles? Aber das ist original, ne? Ja, original, Bruder! Wie viel? 40 Euro! 40 Euro! Arme! 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 Ich kaufe das! Wie viel? 40! Arme! Nein, nein, nein! Arme! Machst du 20 Euro! Das geht nicht! 40 Euro! Ich will das haben! 80 Euro! 50 Euro, fertig! Beides! 50 Euro! Okay, hast du 50 Euro? Was mache ich jetzt damit? Die, die! Ich war das nicht! Sorry, ich war das nicht! 40! 40! Oh! Bruder! Nein, Bruder, okay! 50, okay! Das geht nicht! Stefan, bitte! Okay, 50 Euro! 50 Euro! Dankeschön, Bruder! Arme! Thomas Müller warme! Ey, warum ist kein Bayern hier, ja? Aber kein Thomas Müller! Bruder, lass mal Bayern da, wo das ist, Bruder! Hör doch im Auge! Abo! Was hat er gesagt? Was hat er gesagt? Oh mein Gott! Was hat er gesagt? Thomas ist doch kein Fußball, das hat er gesagt! Arme, ich kaufe nichts mehr! Ey, welche Größe ist das? Der hat Spaß gemacht! Das sieht echt gut aus, ne? Voll gut verarbeitet! 10 Euro, ne? 10 Euro! Beides 10 Euro! Aber das waren 3 Euro, ja? Ja, habe ja! Wie zieht das noch alle ab? 15 Euro! Boah! Ja, hier, hier! Komm, komm, komm! Hey, hey! No, Thomas Müller! Die haben keinen Namen! Cain, der spielt nicht mehr da! Aber ist gut? Perfekt! Perfekt! Oh mein Gott! Boah! Was geht ab, Bruder? Alles gut? Boah! Bester Mann, ja? Wofür hat er jetzt gemacht? Wofür hat er jetzt gemacht? Wofür hat er jetzt gemacht? Nein! Wofür hat er jetzt verkauft? Für 5 Euro? Nein, unter 10 Euro! Geil! Okay, geil! Sie haben Yeezys! Oh mein Gott! Yeezy? Das ist kein Yeezy, das ist Birkenstoff! Der wird uns komplett reinkacken, ne? Wachs machen und dann hier so Ohren! Ja, Kerzen machen! Kerzen! Geht das? Ey, ich hoffe, Internet klappt jetzt! endeder Musik Oh meinitt wachsen! Was ist das? Schon gemacht! Woah! Wie viel hast du gezahlt? 7 Euro! 7 Euro?! Ja! Jaja! Stutt nào! War es gut? Warum ja! Sag mal, was ich dir gerade gesagt habe! Was wolltest du machen? Ich bin ein Choban! Frag mal, ob man diese Kerze hat. Ey! Was ist das? Ich dachte, Kerze! Hast du Kerze mit Feuer? Kerze, Kerze, okay. Jetzt mal Hadeweg. Und danach kommt Kerze. Ey, Ali, hol mir mal Wasser. Bitte. Wie heißt du? Vitali. Vitali, das brennt. Ah, du bist Russe. Musst du aushalten. Bist du Russe? Ah, Priver kack dir ab. Priver Kharaschur. Ah, Kharaschur. Was ist das? Jetzt mal Hadeweg. So muss sein. Entschuldig's mehr, Abo. Entschuldig's mehr. Warte, warte. Entschuldig's mehr. Entschuldig's mehr. Entschuldig's mehr. Vladi Miklitschko. Entschuldig's mehr. Ja, wasch, ja, wasch. Entschuldig's mehr. Vladi Miklitschko. I love you, Vladi Miklitschko. Vladi Miklitschko, I love you. Vladi Miklitschko. Wir machen bei dir auch. Vladi, wir, siehst aus hier. Vladi, wir. Vladi, wir. Kannst du David grüßen? David, ja? Grüß mal David, bitte. David aus Deutschland. Bester Mann. Vladi Miklitschko, I love you. Ey, jetzt, jetzt. losnäht. Ah, ja, wir machen jetzt nie drummal. In Aaaah. Man ... Mann, 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 Mann. Oh, Ladi Miklitschko. Oh, Ladi Miklitschko. Oh, Ladi Miklitschko. Du hast aber noch einen anderen gekauft. Ey, dein Mikro ist aus. Zieh, zieh, zieh. Zieh einfach. Hey, was machst du? Was machst du? Was machst du? Das darfst du nicht, Bruder. Das darfst du nicht, Junge. Das darfst du nicht, hat er gesagt. Ich schwöre, du darfst das nicht. Ja, rück dich doch hin. Guck, der sagt Problem, Junge. Hurra! Ja! Ja! Wladimir Klitschko! Oh mein Gott! Ey, was passiert jetzt? Was macht ihr? Ah, Abi! Abi, Abi, nein! Nein, nein, Abi, sag! Abi, nein! Relax, relax, relax. Hey, Abi! Abi! Abi, mein Ohr! Mein Ohr! Mein Ohr! Ich höre nichts mehr. Ey, sag dir nicht so... Oh mein Ohr! Oh mein Ohr! Es ist Feuer! Es ist Feuer! Es ist Feuer! Was passiert jetzt? Ey, reicht, reicht, reicht! Ey, mein Ohr brennt! Ey, ist das normal? Mein Ohr brennt, Abi! Sag, reicht! Hey, Abi! Hey, Abi! Was ist? Was ist, Abi? Was ist los? Oh mein Gott, ja! Ach, das war deine? Ey, eigentlich muss Sammy einen in die Nase stecken. Okay, einmal musst du die Nase, dann ist Sammy in die Nase. Nase! Sammy, komm mal alles raus, ne? Bleib gesund, ja? Jordan! Ah, du bist 13! Jordan ist 13, ne? Ja, du! Du bist 13! Boah! Boah! Chat, der hat solche Nase, Abi! Ah, Abi, das tut weh! Ey, was ist das? Ey, Bruder, was ist das? Ey, guck mal hier! Ey, ich krieg keine Luft, Abi, ja? Ich krieg keine Luft mehr, ja? Ich krieg keine Luft mehr, ja? Ah! Ich krieg deine Hände ab, Abi! Ich krieg deine Hände ab, Abi! Komm! Ey, Vorsicht, Abi, wir machen alles! Ich tuff dir nicht! Komm, komm, komm! Ja, komm mal her! Hey, Sammy, einmal darf ich ziehen? Hilfe! Du bist toll! Nein, Abi! Wir machen nichts! Wir machen nichts! Hat er nicht gerade gesagt? Ey, Bruder! Er hat gerade gesagt, es ist gefährlich! Keine Angst! Keine Angst! Ich doch, keine Angst! Ab, ich kann nicht ziehen! Hey, hey, hey! Ehi, ey! Ah! 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 Ehi, bin ich dabei ja! Ehi,cersCoCin! U semester ist neu, aber auch nie hier! Einfach mitpost. Du bist der Roter. Oh mein Gott. 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 Wie ekelhaft. Ich bin der Mann. Ich bin der Mann. Ich bin der Mann. Oh mein Gott. Ich bin der Mann. Wenn der Türkei ist kommt auf jeden Fall. Wie heißt der Laden? Kann man noch ein Bild machen? Ich habe keine Haare mehr bei der Nase. Ich habe keine Haare mehr bei der Nase. Kann man sehen wir ein Foto? Er hat manchmal gesagt, man soll sagen, Jordan ist 13 und 3. Oh mein Gott. Wie ist das? Was ist passiert denn da? Er ist 13. Bist du 13? Jordan ist 13. Ja, nicht 13. Mein Kind feiert euch so. Er guckt echt ohne Scheiß. Er guckt gerade zu in Deutschland. Wie heißt er nochmal? David. Warte, ich mach nichts. 1, 1, 0. Hör auf damit, Mann. Was geht ab, Junge? Jetzt bin ich im Stream, oder? Ja klar. Könnt ihr aber Hallo sagen. Hallo, Stream. Hallo, Stream. Prada, Junge. Ey, lass uns mal einen holen. Alles kaputt, Stefan. Ja, soll ich den nehmen? Wie viel kostet? Ich habe nicht gesehen, wie das aussieht. Ich nehme das einfach. Ich weiß nicht, wie das aussieht. Wie viel kostet? 20 Euro. 20 Euro? 20 Euro? Ich habe gerade Tasche gekauft für 20 Euro. Das ist noch günstiger, aber das andere. Ich habe 20 Euro für Tasche gezahlt. 7 Euro. 25 Euro. Oha! 15 Euro. 15 Euro machen wir. Ich nehme Prada. Prada, noch günstiger hast du gesagt, ne? 5 Euro. Müller. Ich glaube das ist Müller. Aber Müller? Oh mein Gott. Hallo. Ja, war das Fisch. Ey, der hat sogar andere Farbe, ja? Ey, seit wann gibt es Bayern in Grün? Ich würde ihm sogar Farbe empfunden. Also, werden wir eine Mache machen. throw up, ja? Ich sehe es. Ich sehe es. Der muss nicht passieren, das ist. Ich sehe es. Hallo? Ich sehe ich dich. Schauen wir mal rein. Alles fast und sonst. Scheiße, ja. Weiß der? Nein, nein, aufpassen. Aufpassen? Ja, aufpassen. Ich hab einen. Gib mal Christian Dior. Nein, das ist zu klein. Stimmt, Gucci. Ich hab Gucci, ne? Ey, da hinten gibt's Tattoo, Hennertattoo. Ich schwör? Ja, ne? Ey, ich hab Halt. Ey, wir sind ja Rapper. Ich liebe euch. Seid mal echt, wie ist mein Tattoo? Sehr gut. Komm, wir machen ein Foto. Ja. Welches Tattoo sieht besser aus? Das oder das? Meins? Zeig mal. Oder das hier? Hast du einmal Hintern auch ein Tattoo? Ja, Hintern hab ich auch eins. Zeig mal. Ja, da gibt's nix zu gut. Komm, du bist da hier. Ja, da gibt's nix zu gut gehen. Seid es zu mir. Bruder, weißt du was? Du hast eine schöne Nase, original. Original? Ja, warum? Ja, warum? Hast du selber gemacht? Ich hab mich draufgehauen. Gerade gemacht. Freunde, morgen 20 Uhr sind wir reiten. Ey, gibt's die türkische Getränke? Nein, das kennt man in Deutschland. Das ist Fake, Bruder. In Deutschland ist es mit Z und Türkei ist es mit L. Das hier. Okay, Abi. Und einmal das hier. Ist es von dir? Okay. Ich hätte aus mir gar nichts gegeben. Abi, wer hat das gemacht? Ich! Du hast das gemacht! Ich liebe Kappi! Hey! Abi! Abi! Alles kaputt gemacht, ja. Selbst Getränke haben die gefälscht. Oh mein Gott, ja. Das ist Kappi! Kappi in Türkei! I love you, Kappi! Das ist Kappi! Das ist Kappi, Junge! Boah, was machst du? Was ist das? Was ist das? Bist du krass! Was ist das? Black Mamba! Was heißt das? Du musst es einmal nehmen. Was ist das, Black Mamba? Was ist das, Black Mamba? Das ist einfach nur einmal eine. Was ist das denn? Das ist cool, das ist cool! Das ist Vitamin! Sag doch erstmal, was das ist! Was? Nein, Bruder, ey! Das ist das Gesundes, Vitamin! Was ist das? Nein, Bruder, ey! Nein, komm, schnell, komm, schnell, komm! Das ist Honig! Nein, nein! Was ist das denn? Bruder, das ist Dings, ja? Für den Flugzeug, das der abhebt! Das ist für das Flugzeug! Boah, der ist gerade gelandet, Bruder! Du kannst ihn nicht wieder zum Starten bringen! Hacker! 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 Komm! Okay, Chat! Hier sind Yeezys! Oh mein Gott! Boah! Oh mein Gott! Wo noch? Andere Farbe? Ey, Sammy! Oh mein Gott! Ich kauf das! Ich kauf das! Wie viel? Wie viele gibst du? 5 Euro! 5 Euro, Abi! Wir machen 15! Okay, 5, 15, 10! Hier! Oh mein Gott! Das ist 100 Euro, 300 Euro, 500 Euro! 2 Euro! 2 Euro! 2 Euro! 2 Euro! 2 Euro! 2 Euro! 1 Euro! 1 Euro! 1 Euro! 2 Euro! Was hast du? Türkische Kaffee? Youtuber! Was ist dein Name? Ja, Mann! Ja, Mann! Boah, ja, Mann! Boah! Ja, Mann! Hoi, Mann! Hey, Chat! Ich nimm türkischen Kaffee, ja? Wie heißt das? Mit Sand? Mit Sand? Oh! Moin! Ey! Nein, nein, nein! Ist das Fendi? Du kriegst auch mal einen Eimer kurz! Ich will das gucken! Ich schwöre, du machst nichts! Ich schwöre, ich mach nichts! Ja? Ich schwöre, ich mach nichts! Renn weg! Was machst du? Was machst du? Ey, Chat! Schreib mal, in welche Länder wir noch fliegen sollen! Das interessiert mich jetzt! Jetzt geht das hoch! Oh mein Gott, Chat! Das ist das! Indian Street Food? Hä? Das ist Magie! Hä? Oh mein... Aria! Aria! Ich gehöre dir! Sippe! Ist es hot? Ja! Krass! Ey, Sammy, das ist heiß! Was soll ich machen? Das ist richtig heiß! Das ist Geschenk! Das ist Geschenk! Ich trinke keinen Kaffee! Das ist zu heiß! Ich schwöre, das ist zu heiß! Alter, ich trau mich! Ah! 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 Meine Hand ist so braten! Ich brachte! Ich brachte ihn! Ey, Lugobar, ich hab doch gesagt, ich trinke keinen Kaffee! Ich brachte ihn! Ah! Mein Fuß war im Brennen, Bruder! Ah! Ey! Oh mein Gott! Der kann reden, ne? Ah, jetzt kippt! Oh! Hallo! Ey, warte, der kommt näher! Kann er reden? Ja, der kann auch beißen! Hallo? Hallo! Ey, ey! Der beißt doch! Der beißt doch! Ja! Ja, der beißt doch! Ey, warte mal Sammy, warte mal! Der kreist sich hier fest, du! Ja! Sammy, bitte! Nein, 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 nein! Komm! Ah! Der will doch nicht! Ey, ey, ey! Mach den weg! Mach den weg! Ey, mach den weg! Ey, sag den auf! Ich mach den weg! Oh mein Gott! Ey, ey! Guck mal, ey! Ich meck den fest! Wäre das ein Blödsinn! Guck mal, ich hab zu Beinen, aber! Lass gehen, lass gehen! Er war beleidigt, ne? Scheiße! Er hat dich beleidigt! Was hat der gesagt? Was ist dein Name? Thomas! 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 Leipzig! 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 Leipzig? Bayern, loonig! Bayern, loonig! Hallo, Kasse! Ben! Kommt ihr aus Österreich? Lian! Ich liebe dich! Ich liebe dich! Freut mich zu hören! Geil, geil! Sehst du wie auch du mich sagst! Ja! Sag das mal John! Jordan! Bayern, Bayern! Jordan! Aber ich finde eher zwischenwässer und Fußball! Ja! Oh mein Gott! Abia! Thomas Müller warme! Ey Freunde! Ich glaube hier werden wir den Stream! Ey Freunde! Ich bin aber ehrlich! Basar hat mir richtig gefallen! Wir werden morgen um 20 Uhr wieder streamen! Übrigens! Der mit den meisten Clips auf TikTok kriegt 50 Euro! Im nächsten Stream! Und der mit den meisten Aufrufen auf einen Clip in der ganzen Türkei-Woche kriegt 250 Euro! Und gestern hat auch einer gewonnen! Beziehungsweise im ersten Türkei-Stream! Ich sag ganz kurz seinen Namen! Erstmal folgen! Wie viele Klicks? Der hat 300.000 Klicks! Nach einem Tag! Nach einem Tag! Du hast gewonnen! 50 Euro! Macht geile Clips! Und der mit den Meister aufrufen kriegt 250 Euro! Morgen 20 Uhr sind wir reiten! Wir versuchen unser Glück, wenn wir uns gewinnen! Wenn wir Glück haben! Aber ich will noch einmal was sagen! Ich will dieses Nike-Ding machen! Ich brauche Thomas Müller-Trikot! Und ich muss einen Döner essen! Ja Abi! Aber warme! Du hast meine Hüte schon mal gesehen? Hast du schon meine Hüte gesehen? Boah! Junge! Warte mal! 1-Gucci! Abi! Louis Vuitton, Gucci, Louis Vuitton! In dem Sinne würde ich sagen, I love Türkei! Türkei ja! Türkei ja! Türkei ja! Türkei ja! Vielen Dank.